oi grüße ja es wird langsam immer herzunammeln sollte ich reparieren ich weiß nur noch nicht sowie episode 6 ziemlich leichter ziemlich schnell erklärbare episode weil typ in der schule entdeckt einen computer der anscheinend ebenfalls von dämonischen kräften besessen ist auf dem er anscheinend also im computer vor der schule ein dating sim spielt namens pure heart und weil er so frustrierend dass er niemals irgendeine mädel abkriegt mehr oder weniger wünscht er sich dass eben die ganze schule mit der dating sim funktioniert wirklich so mit dem multiple choice möglichkeiten und sagen so wow die oh dass die diese try and error geschichte ok und ich kann sagen wo sie wirklich ordentlich dresche einstecken in dieser episode erstens einmal vor allem da seine langjährige kindesfreundin die ja immer wieder mal drauf und dran ist ihm von unwegsamen faden abzubringen egal ob er was macht oder nicht typisch oder wenn kirich einmal ein bisschen in die problemzone reist quasi oh was macht ihr da auf jeden fall das ganze spielt eben so ob das eben besagter klassenkamerad oder oder mitschüler vergessen wir haben normalen der random schüler xy der nur einmal in dieser episode wahrscheinlich auftaucht oder vielleicht noch ein zweites mal am ende der serie keine ahnung auf jeden fall schafft es da er dieses spiel mehr oder weniger aus dem ff beherrscht zumindest glaubt er dort am anfang schafft er es eben hört eben schiesato also kassias langjährige freundin mehr oder jahr zu umgarnen schrägstrich heute eben im rahmen dieses fluches und den multiple choice geschichten dieser dating sim die die schule jetzt gerade geworden ist einzulullen auf jeden fall jetzt ist guter rat teuer weil okay nicht jeder ist ein guter crack was dating sim eigentlich eine der allgemeinen langweiligen grinding geschichte du spielst das spiel so lange bis du jede möglichkeit durchgespielt hast das ist wirklich so dazu gibt es eine serie und wenn ihr nicht wisst welche serie das ist damit sagen die welt gott only news der ganze grund gedanken hinter das ist einfach dann von mir alle möglichen möglichkeiten aus spielst so lange bis du fast jeden weg kennst und dazu werden alle dating sims in japan gespielt falls nicht jemand sich eine kurviertelösung besorgt also keine ahnung aber also wie im großen und ganzen schlägt man hat eben dieses spiel wenn man keine chance hat das zu lösen selbst mit der mithilfe einer schulkammeraten unten sehr komischen brillenschlange der etwas extrem soll zum rüber kommt und eben ebenfalls gut versiert in solchen sachen ist aber wie gesagt kasi ist nicht der crack für so etwas der hat der hat der hat nicht die fähigkeiten was aber was sich auch vorher in einer episode abspielt um das ganze zu lösen ist eine rechte flirte kleine puppe die sie immer mit sich herum trägt und er zuerst nicht weiß woher sie kommt dabei hatte er auch eine mit mit der ihr beide zusammen gespielt haben früher quasi der gute alte langzeit kinderfreund trope die eine von diesen von diesen ultrativen klischee spuren die ganze durch die gesamte anime geschichte spielt und auch im realen leben anscheinend weil es ist eines von diesen dingen was in japan und dann immer auch ganz groß ist freund aus kindertagen meine güte das ist das ist nicht tot zu prügeln auf jeden fall der ganze kniff an der ganzen sache ok nachdem sie nämlich dich drauf gekommen sind wie sie es ganz jetzt eben lösen können zumindest stellt sich heraus oh warte einmal das ist nicht die konsolen version das ist die pc version und over wie es ab 18 und und ein euro geben ratet mal wie das ganze ausgeht mehr oder weniger bei nahe mehr sage ich dazu nicht okay im grunde das gas ja als bettel gefällt ans bett gefesselt wird das ist der ganze grundplot dieser einen episode episode 6 von tsukomo ja ich bin etwas müde ich glaube ich habe etwas ausgeruhen die tage werden momentan etwas stressig jetzt habe ich jetzt ein bisschen in den stock gekommen bin sorge deswegen einige leute haben gefragt ob ich jetzt aufgehört habe ich nein nur ich ein bisschen nachzügele ich habe keinen arbeitsrhythmus deswegen muss ich ein bisschen heute eben herumschunglieren und manchmal schlafe ich auch gönnt mir das ich werde auch nicht jünger und bei heutigen zeit will ich es auch gar nicht mehr auf jeden fall ein bisschen sich auszuruhen alter mann braucht schlaf hier ist bis zum nächsten video und alter mann braucht besseren kaffee der ist nicht so gut